Jeder kennt sie, die meisten lieben sie, die Lego Minifiguren Sammelserien. Es gibt meistens drei Serien pro Jahr, es gibt immer verschiedene, es gibt Lizenzserien, aber auch nicht lizenzierte Serien. Und im Normalfall sind da besondere Figuren da drin, entweder aus irgendwelchen Themen, die man mag, vielleicht irgendwelche Remakes von irgendwelchen alten Figuren, die man noch kennt, oder die ein bisschen umgemodelt wurden, etwas, was man vielleicht ganz selten bekommt, oder halt vielleicht irgendwas Historisches, irgendwas Richtung Ritter, irgendwas Richtung Cowboys oder sowas. Gibt es alles. Und da habe ich mir mal überlegt, wo sind denn die besonderen Teile, die man von diesen Minifiguren irgendwie quasi vielleicht einzeln bestellen kann. Ich habe mir für dieses Video mal fünf Minifiguren angeschaut und geschaut, was sind die besonderen Teile, die denn da enthalten sind. Und die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Es gibt natürlich wesentlich mehr Figuren, die man hier vorstellen kann. Aber ich finde gerade bei so einem Video, wo man vielleicht auch ein bisschen ausholen muss, wo man vielleicht auch die Preise ein bisschen im Auge hat, ist es gar nicht schlecht, wenn man einfach mal mit so fünf Figuren anfängt. Und natürlich gibt es, wie gesagt, mehr Figuren, die ich aber vielleicht dann später noch behandeln werde, je nachdem, ob ihr das interessant findet. Ich persönlich finde das tatsächlich sehr interessant, deswegen mache ich es auch. Aber es ist natürlich auch immer schön, wenn meine Zuschauer das super finden. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen und eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. An sich haben wir dann, glaube ich, alles geklärt und wir können anfangen mit der ersten Figur. Und wir beginnen mit einer Minifiguren-Serie, die ich persönlich nämlich sehr, sehr cool finde. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfters erwähnt. Das ist die Serie 12. Hier haben wir sehr viele coole Figuren, unter anderem natürlich auch den Jester. Und der Jester hat, wie man vielleicht schon sehen kann, zwei wirklich coole Fliesen mit enthalten. Und das sind nämlich einmal die Joker-Fliese und auch die Fliese mit dem Ass. Ich finde sowas immer sehr cool, weil das sehr gut weiterverwendet werden kann. Man kann damit auch zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Western-Saloon oder sowas hat, kann man da irgendwelche Szenarien mit darstellen. Das macht so eine Szene irgendwie lebendiger und auch authentischer. Und diese Fliesen alleine kosten teilweise auf Bricklink, wenn man mal guckt, wenn man auf die deutschen Händler oder sowas guckt, zwischen 2 bis 4 Euro. Also das ist ein bisschen schwankend, je nach Zustand. Ob man sagt, okay, ich bestelle halt in den Niederlanden oder sonst irgendwo. Das kann tatsächlich schwanken. Aber ich finde, dennoch sind das wirklich sehr besondere Teile. Diese Fliesen, was Kartenspiele angeht, das hat man öfters schon gehabt. Also gerade in der alten Western-Serie hatten wir ja auch dieses coole Full-House-Blatt. Aber auch gerade bei Friends zum Beispiel gibt es da immer wieder Sets, wo so eine Fliese einfach mit dabei ist. Die sind dann halt meistens irgendwie pink oder rosa und deswegen nicht so gut zu verwenden. Aber ich finde, sowas ist tatsächlich sehr cool. Das hatte ich ja auch schon, als ich euch die Figur, glaube ich, mal in einem Short gezeigt habe, gesagt, dass das wirklich eine Ring-Rundum-gelungene Figur ist. Deswegen, die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man irgendwas damit machen möchte. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich die Insulaner sehr gerne mag. Das ist ja diese Reihe von Ureinwohnern, die in den Piraten-Serien dann mit eingeführt wurde. Und in Sammelserien haben wir auch öfters dann Figuren in diese Richtung gehabt. Die letzten Jahre leider nicht mehr so oft. Aber der Insulaner Krieger, der sticht da so ein bisschen heraus, finde ich. Gerade weil er so eine coole, ja, ich nenne es einfach mal Tiki-Maske. Ich weiß nicht, woher es genau kommt, dieser Begriff. Irgendwie hat sich das bei mir so eingeschleift, dass man das halt so nennt. Aber wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche besonderen oder richtigeren Ausdrucksweisen. Ich finde die halt super, weil man die auch irgendwie, wenn man, keine Ahnung, wenn man eine Stadt baut und du hast dann da irgendwie so eine Bar oder sowas und so ein Tresen. Ich denke mal, jeder kennt das so im Urlaub, wenn man auch irgendwas in Hawaii oder sowas sieht, so Bilder etc. Kann man sich genau vorstellen, dass man das auch als Deko ganz gut benutzen kann. Ist super cool, wie ich finde. Ich hoffe, dass wir irgendwie mal wieder in die Richtung was bekommen. Ist ähnlich wie bei Western wahrscheinlich ein schwieriges Thema. Aber nichtsdestotrotz hätte ich da schon irgendwie was gerne. Und diese Maske alleine, also ich habe jetzt mal beim ersten deutschen Anbieter geguckt, die liegt so ungefähr bei 6 Euro und ein paar zerquetschte plus Versand, der natürlich dann noch dazu kommt. Also die ist auch nicht günstig. Selbst wenn du jetzt sagen willst, ich baue mir hier jetzt eine Armee von Insulanern. Das wird dann auch nicht ganz billig, wenn man da irgendwie versucht, diese Maske vielleicht einzeln zu kaufen. Aber auch die Figur an sich ist natürlich im Preis relativ preisstabil. Und deswegen muss man gucken, wie man das dann macht. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, besonderes Teil. Unsere Suche nach besonderen Teilen geht weiter in der Minifiguren-Serie 5. Also eine der ersten Serien, die es gab. Auch da natürlich wieder sehr schöne Figuren mit drin. Und hier sticht so ein bisschen der Gangster raus. Also dieser Gangster-Boss, der natürlich angelehnt ist an all das, was man so kennt. Also diese ganzen Mafia-Filme und ich weiß nicht, was gibt es da noch? Goodfellas, glaube ich, heißt der eine auch noch. Habe ich nie gesehen, aber es sollen sehr große Meisterwerke sein. Werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal nachholen. Und hier ist natürlich der Instrumentenkoffer sehr interessant, wie ich finde. Auch ein besonderes Teil, was es so in der Art und Weise nicht mehr gab, seit der Minifigur. Und ich weiß, viele von euch kennen wahrscheinlich Bud Spencer und Terrence Hill. Ich, für mich Kinder erzählen. Und es gab bei zwei wie Pech und Schwefel diesen, ich glaube, die nennen den auch Paganini-Verschnitt. Das ist halt so ein Auftragsmörder, der die dann umbringen soll und der dann sehr lustig quasi ausgeschaltet wird. Erinnert mich stark an diese Szene, denn der hat ja auch sein Gewehr quasi in diesem Koffer mit drin dann. Und will das dann zusammenbauen. Und auf einmal ist da, ich glaube, es ist eine Violine oder eine Geige drin. Keine Ahnung. Ich kenne da die Unterschiede jetzt nicht so. Krass, verurteilt mich bitte nicht. Aber ich finde, das ist wirklich eine super Figur. Und gerade, weil mein Fokus ja eher so auf historischen Figuren in den Minifiguren-Serien liegt oder so, ja, sowas wie vielleicht der Ziegenhörte, gehen solche Figuren manchmal unter. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine wirklich coole Figur, auch mit dem Gesichtsausdruck, mit dieser ganze Story dahinter. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und wie gesagt, dieser Koffer, der ist bis heute relativ einzigartig. Es gibt natürlich immer mal wieder irgendwie eine Geige oder wie eine Olin-Spiele oder sonst irgendwas. Aber dass da so ein Koffer bei ist, das wäre mir jetzt neu, dass da irgendwo nochmal was Neues gekommen ist. Über die nächste Figur habe ich auch, glaube ich, schon relativ viel geredet. Das ist eine Minifigur aus der Serie 7. Und ja, auf dem Thumbnail, da ist ja eindeutig zu sehen, welche Figur da vielleicht so im Vordergrund steht. Natürlich ist es der Backpiper und bzw. der Doodelsack-Spieler. Und natürlich der Doodelsack, der dabei ist. Ich finde allerdings nicht nur den Doodelsack cool, sondern generell die Figur ist auch cool. Auch mit dieser Mütze. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so eine Baskenmütze oder sowas ist. Da will ich mich jetzt auch nicht irgendwie vertun. Aber an sich habe ich ja auch schon mal gesagt, die kann man super verwenden, wenn man irgendwie was von schottischen Highlands oder sowas nachspielt. Von Braveheart vielleicht, wenn ihr das kennt mit Mel Gibson, den Filmen. Dass man das irgendwie benutzt, dass man davon vielleicht sogar ein paar Leute braucht, die dann quasi in den Reihen der Armeen stehen und den Marsch dann da quasi spielen. Finde ich persönlich eine sehr coole Idee. Auch eine sehr teure Figur. Kann man auch mal locker 25 bis 30 Euro hierfür ausgeben. Und der Doodelsack, der ist natürlich trotzdem auch ein Highlight. Man kann den tatsächlich einzeln bei Bricklink kaufen, was mich ein bisschen wundert, weil diese Figur gehört einfach mit diesem Doodelsack meiner Meinung nach zusammen. Aber da hatte ich auch geguckt, der erste deutsche Anbieter waren so 3,50 Euro. Also da muss man mal gucken. Das geht sogar vom Preis, finde ich, noch für so ein besonderes Teil, was bis dato auch nie wieder benutzt wurde. Aber ich glaube, wenn man irgendwie die Figur vielleicht zusammenbekommen kann, ist das der bessere Deal. Ich glaube, Jonas hatte die sogar mal für 16 oder 17 Euro. Also das schwankt teilweise immer so ein bisschen, auch je nachdem, was der Händler irgendwie haben möchte. Manchmal hat man halt einen Händler, da ist die Figur günstiger. Da muss man aber einen Bestellwert von 30 Euro oder so haben. Da muss man noch irgendwas dazukaufen. Das ist bei Bricklink halt immer so ein bisschen blöd. Dennoch ein super Portal, um sowas wie diese Einzelteile irgendwie zu bekommen. Keine gesponserte Werbung oder sonst was. Ich habe da selber halt schon bestellt und meistens gute Erfahrungen gemacht. Zum Ende dieses Videos gehen wir nochmal zurück in Serie 5. Und hier ist tatsächlich noch eine Figur. Da habe ich die Figur, aber da fehlt mir das Accessoire dazu. Und das ist diese Royal Guard Wache. Ich glaube, die stehen vor dem Buckingham Palace und dürfen sich ja immer nicht rühren oder so. Und der hat halt unter anderem seine coole Mütze dabei, die ich natürlich auch dann habe. Aber es fehlt das braune Gewehr. Und das ist in gewisser Weise eine Besonderheit. Denn dieses Gewehr in braun, aber das neue braun, nicht das alte dark brown oder brown einfach. Das ist dieses reddish-brown. Das gibt es tatsächlich nur bei dieser Figur. Die Gewehre, die kennen wir glaube ich seit Jahrzehnten schon. Natürlich sehr prominent vertreten bei Western oder auch bei den Adventurers. Und die gab es dann in grün auch nochmal bei Toy Story, bei diesen Spielzeugsoldaten, wo das ganze Set quasi grün war. Aber ich finde, in braun passt das durchaus auch zu der Western-Serie. Und das ist halt so ein Ding. Das coole an der Sache ist, wenn man bei Brickling guckt, auch deutsche Händler, das Gewehr ist jetzt nicht unglaublich teuer. Also es sind irgendwie 60, 70 Cent bei den ersten deutschen Händlern, die man so sieht. Aber ich finde, das ist verhältnismäßig noch okay. Dafür, dass es halt nur in diesem Set vorgekommen ist, in dieser Minifiguren-Serie, die halt tatsächlich sehr begrenzt war. Also wenn die einmal fertig ist, wenn die einmal hergestellt wurde, war es das. Da wird nicht nochmal was neu aufgelegt. In diesem Fall ist es dann tatsächlich so, dass dieses Gewehr einen Preis hat, wo man vielleicht mit leben kann. Also gerade wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht seine Armee damit ausstatten oder irgendwelche Szenarien mit irgendwelchen Helden in Anführungszeichen nachspielen möchte, kann man sich vielleicht so ein paar von diesen Gewehren besorgen und die dann ausrüsten dementsprechend die Soldaten. Und was natürlich noch sehr cool wäre, ich weiß nicht, ob es sowas jemals geben wird. Es gab ja bei Indianern oder sowas, bei Playmobil damals, auch braune Gewehre. Also es waren diese Winchester-Gewehre. Und da war zusätzlich dann teilweise das noch so ein bisschen bedruckt mit weißen Punkten oder so, wie man das teilweise auch in Indianer- oder Westernfilmen oder sowas gesehen hat. Fände ich persönlich eine sehr coole Sache. Vielleicht gibt es sowas in ferner Zukunft nochmal. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wer weiß. Und damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Teile, die ihr jetzt gesehen habt, sind vielleicht schon in eurem Besitz. Und nicht, dass ihr jetzt hier Unmengen an Geld ausgeben müsst, weil ich euch die jetzt gezeigt habe. Aber ich denke mal, die meisten, die werden schon bekannt gewesen sein, die Teile. Und vielleicht, je nachdem, wie gut ihr das Video findet oder wie viel Interesse ihr daran habt, wird demnächst dann da noch ein Video zukommen. Aber Top-10-Videos und sowas, das kommt natürlich auf jeden Fall bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt eine großartige Zeit und bis bald.